Es ist eine starke Konkurrenz da, es sind extrem gute Trailläufer da, aber ich werde es genießen heute, super Wetter heute, also ich freue mich schon voll drauf. Ich bin hier schon gefühlt das hundertste Mal und ein Traumwetter, Traumkulisse, eine Traumstrecke und ich freue mich auf heute. Ich bin hier schon gefühlt das hundertste Mal und ein Traumkulisse, ein Traumkulisse, eine Traumkulisse, eine Traumkulisse, eine Traumkulisse. Musik Ja, super Gefühl. Es ist quasi jetzt mein Heimatlauf, ich bin zwar seit einem halben Jahr Kufsteiner, aber es ist Wahnsinn hier, den Heimatlauf zu gewinnen. Nein, es ist so ein wunderschöner Lauf, es sind echt saugeile Trails. Also mit über 700 Teilnehmern, das hat keiner für heuer rechnen können. Also wir sind mehr, mehr als wir happy. Wir haben insgesamt sieben Strecken gehabt. Dafür waren vier Wanderstrecken, drei Trailrandstrecken und es war eigentlich für jeden eine richtige dabei. Wir sind auch auserkoren, wo die österreichische Meisterschaft im Trailmarathon, hier in Epps, im Rahmen des Quasermarsches auszuführen. Und auf das freuen wir uns schon ganz, ganz riesig. Musik 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 Musik